Ich habe mich gefragt, ob heute noch was Spannendes passiert. Hier, in Sandberg. Da ist ein Piratenschiff auf der Straße. Michael, da ist kein Piratenschiff auf der Straße. Freunde werden nicht einfach so an den Strand gespielt. Das ist ein Pirat. Na, sag ich doch. Ich bin Kapitän Donnermann. Das ist Billy. Ich finde, er sieht ganz nett aus. Nicht mal zwei Tage hier und die tun, als ob ihn die Nachbarschaft gehört. Ein echter Pirat hat von nichts Angst. Das solltet ihr hier echt nicht mehr tun. Jetzt sind alle wach. Dafür sind Wecker doch da. Okay, das ist der Plan. Schatz, Messer werten. Weitspucken natürlich. Pistolen schießen. Rumtrinken. Rumtrinken? Elender. Je schneller sie wechselt, umso besser. Als ob ich nicht wüsste, wie man Piraten festschmeißt. Los geht's! Rum! Ich fürchte, wir müssen uns bald neue Nachbarn suchen. Tut mir leid, aber wir können ja leider nichts für sie tun. Das ist doch dein Erzfeind. Er hat uns wieder gefunden. Rauben. Blündern. Im Pirat sein ist, was du bist. Die Zeiten sind vorbei. Für euch vielleicht. Sie vertrauen uns doch nicht. Selbst Michael. Billy! Ich finde es echt verflucht. Nochmal. Toll. Ahoi, Nachbarn. Hey, Roy! Fang! Bist du enthäuschend? Bist du enthäuschend? Bist du enthäuschend? Bist du enthäuschend?